Wherever you go... Oh mein Gott. Wenn du kein Geld dafür kriegen würdest, dann wärst du ein Stalker. Aber du versuchst es ja nicht mal zu verstecken, dass du uns für uns... Ach, Geschäfte. Ich wusste ja, warum wir Augenbrauen haben. Wir könnten noch eine Kategorie machen, so Talks at the... Bottich. Deep Talks at the Bottich. Tschö... Ach, schön...